hallo und herzlich willkommen auf eine neue folge von volume handarbeit ich habe jetzt diese bobel ich glaube die erste dass ich gewickelt habe ich habe nicht gemessen beim wickeln ich weiß nicht welche wie viel es hat die hat um über 200 gramm und sie steht schon lange genug bei mir herum und jetzt will ich ein top im gräne muster machen das ist vierfach ich habe eine für eine häkelnadel und ich werde jetzt 152 luftmaschen anschlagen das heißt wir sehen uns wenn die 152 luftmaschen fertig sind so die 152 sind fertig jetzt muss ich so gerade machen damit meine luftkettelmaschen nicht verdreht ist weil dann kommt die bluse nicht gescheit raus so ich habe meine ende gefunden es ist alles gerade und jetzt muss ich mich hier in die erste mit einer kettmasche anketten so super das ist gemacht jetzt drei zum steigen so ich habe jetzt die drei zum steigen gemacht jetzt mache ich noch ein stäbchen wir arbeiten mit dem gräne muster und das heißt drei stäbchen luftmasche drei stäbchen die ersten drei sind gemacht jetzt mache ich eins zwei drei luftmaschen weil hier mache ich noch um die ecke ich überspringe eine und dann mache ich wieder drei stäbchen das heißt die stäbchen werden gemacht so in jeder luftmasche ein stäbchen zwei und drei jetzt mache ich eine luftmasche und ich überspringe hier runter auch eine luftmasche und jetzt mache ich wieder drei stäbchen dieses modell habe ich auf pinterest gefunden und ich habe es toll gefunden schon im sommer wollte ich noch mal machen aber die zeit vergeht so schnell ich habe immer etwas anderes zu tun immer eine andere idee und ich bin nicht dazu gekommen wir müssen mit dieser insgesamt mit dieser die erste von die ecke weil hier kommt die ecke 14 muster haben bis wir zur nächsten ecke kommen das heißt ich los dich jetzt alleine arbeiten bis du 14 muster hast so wir haben 1 2 3 4 und dann musst du noch zehn mal machen und dann machen wir die ecke so ich habe jetzt die vierzehnte fertiggestellt ich habe schon eine luftmasche gemacht dann mache ich zwei drei ich überspringe eine und dann müsste mir jetzt noch vier gruppen raus kommen hoffentlich habe ich es gerechnet gut gerechnet ansonsten muss ich schummeln so eine gruppe zwei gruppen so 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 Was soll ich sagen, perfekt, ist mir eins geblieben, hier mache ich noch eins und ich kette mich hier an, an die dritte, was wir vorher gemacht haben, zum Steigen, und jetzt müssen wir so weiter arbeiten, ich komme mit einer Kettmasche bis hier in die Ecke, ich weiß gar nicht, wieso ich so gemacht habe, so, eins, zwei, drei, dann machen wir drei Stäbchen, drei Luftmaschen, ups, ich meine Wohlwickeln auf den Finger, wieder drei Stäbchen, das ist die Ecke, das werden wir jetzt in jeder Ecke arbeiten, drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen, eine Luftmasche, und jetzt überall, wo eine Luftmasche war, kommt eine Dreiergruppe. Okay. So. Ich glaube, wir brauchen mindestens 10 Reihen, sicher mehr, aber bei 10 Reihen werde ich stoppen und dann zeige ich dir, wie groß es ist und wie es ausschaut. Inner der Ecke kommt so eine Ecke und hier musst du dich immer bis in die Ecke bewegen, damit du weiterkommst, damit du mit drei aufersteigst und dann die Ecke formst. So wie ich hier gemacht habe, ich bin hier, ich war hier angekommen und dann habe ich mich mit Kettmasch weiterbewegt. So, dann komme ich mal in 10 Reihen und dann schauen wir, wie es ausschaut. So, ich habe jetzt die 14 Muster gemacht, von hier weg. Jetzt mache ich wieder 3 Luftmaschen und ich überspringe hier eine und dann fange ich an. Noch eine Gruppe und auf die Seite müssen wir jetzt 5 Gruppen machen. Eine Luftmasche dazwischen, das war die erste Gruppe. Ich hoffe, ich habe gut genug gerechnet und es kommt alles gescheit raus. So. Eine überspringen. 1, 2, 3. Dann muss ich noch 2 Gruppen machen und dann kommt die Ecke und die Ecke, weißt du schon, nur 3 Luftmaschen statt 1. Ich finde die erste Reihe ist immer die schwierigste, wo man die Luftmaschen so finden kann. kann oder soll. So, jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Gruppen. Dann mache ich jetzt 1, 2, 3 Luftmaschen. Hier überspringe ich eine und ich fange noch eine Gruppe an und jetzt muss ich wieder 14 Gruppen auf die Seite haben. Und jetzt komme ich erst wieder, wenn ich die 14 habe. Und dann zeige ich dir, wie ich das mache. Hallo, jetzt habe ich die 10 Reihe fertig. Ich tue die Kamera ein bisschen nach runter, dass du siehst. So wird es ausschauen. Wir müssen ungefähr bis hier unter dem Brust arbeiten, je nachdem wie schlank oder mollig du bist. Ich habe ja ein großes Brust oder Bullen und ich bin ein bisschen halb mollig. Und dann muss ich bis hier noch arbeiten. Du kannst ihn an dich messen oder ich sage dir nachher, wenn ich fertig bin mit der Arbeit, kann ich zurückkommen und dir zeigen, wie weit oder wie viel Reihe ich gemacht habe. Aber so, hallo meine Lieben, jetzt habe ich so viel gehäkelt. Ich habe gesagt, ist unter dem Brust, weil wir müssen jetzt zusammen machen und dann im Kreis weiter häkeln. So, es muss dir passen, es muss deine Brust umfangen und halt auf deinen Bauch gut passen. So, was musst du jetzt machen? Ich bin jetzt in dieser Ecke angekommen und ich habe mich nur mit einer Kettmasche angehängt. Ich habe mein Teil so auf den Tisch gelegt, zusammengeklappt und wir müssen jetzt in der Runde arbeiten. So. Ich gehe nochmal in dieses Loch rein und ich mache eine Kettmasche, weil ich will hier in dieses Loch sein und nicht in der dritte. Dann gehe ich hier auf die andere Seite. Und ich kette mich da auch an. Und jetzt mache ich drei Luftmaschen zu steigen und ich arbeite hier die drei Stäbchen. Und ich arbeite herum herum. Drei Stäbchen, eine Mal hier drei Stäbchen. Und das bleibt mir frei für die Hände, für die Arme. Und wenn ich hier in dieser Ecke bin, in der anderen Ecke, dann zeige ich dir eh, wie ich mache, aber die, die bleiben jetzt frei und in dieser Masche wird gearbeitet. So, dann bis ich hier ankomme, mache ich wieder die Kamera aus. Und dann zeige ich dir. So, ich bin jetzt in die vorletzte gekommen. Jetzt mache ich hier die drei Stäbchen. Und mir ist gerade eingefallen, dass ich auf die andere Seite erst mal die Kettmasche gemacht habe. Und es wird nicht so gleich ausschauen. Aber ich mag jetzt nicht mehr trennen. So, mache ich eine Luftmasche und jetzt nehme ich mir die andere Ecke. Und ich drehe es halt um. Die erste, die Ecke und die erste Gruppe von drei bleibt, so wie es ist. Und hier fangen wir wieder mit drei Stäbchen, Luftmasche, drei Stäbchen. Und das kennst du eh. In jedes Loch machst du in die drei Gruppe. Und ich komme wieder am Ende der Reihe. So, ich bin jetzt bei der vorletzte angekommen. Dann mache ich jetzt in die letzte. Die drei Stäbchen. Meine Luftmasche und ich kette mich hier bei dieser drei zum Steigen, was ich in die erste gemacht habe. Ich kette mich hier an, wenn ich schaffe. So. Dann bewege ich mich mit Kettmaschen bis in die erste, in das erste Loch. Und jetzt fange ich wieder an. Drei zum Steigen. Und dann insgesamt drei. Eine Dreiergruppe, Luftmasche und wieder Dreiergruppe. Und ich arbeite weiter so, bis meine Wolle fertig ist. Oder bis ich sage, okay, jetzt reicht, es ist lang genug. Was wir jetzt gemacht haben mit dieser ersten Reihe, haben wir uns, naja, Da ich für große 44, 46 arbeite und bin groß, habe ich jetzt die erste, siehst, die erste Reihe gemacht. Und dann werde ich immer weiter, weiter, weiter in Runden arbeiten. Und dann muss ich noch hier am Hals eine Umrandung machen und hierbei die Ärmel und natürlich rücken. So, ich mache jetzt weiter mit meiner Reihe. Und dann zeige ich dir die Umrandung. Hallo. Jetzt ist es fertig, oder fast fertig. So sieht es aus. Das ist ein bisschen weib hier, aber das können wir zusammen nähen. So, ich habe schon im Voraus beim Ärmel und beim Hals diese Umrandung gemacht. Jetzt bin ich hier runtergekommen. Muss ich ein bisschen die Kamera noch runter. So. Und jetzt zeige ich dir hier, wie ich die Umrandung mache. Und dann ist die Bluse fertig. Was sagst du dazu? So, dann gehen wir es an. Ich habe die letzte Reihe mit Schwarz hier fertig. Ich habe mich angekettet und jetzt mache ich eins, zwei, drei Luftmaschen. Natürlich einmal aufladen. Dann gehe ich hier drin bei der ersten Masche. Dann hebe ich die Wolle und tue einmal durchziehen. Ich behalte mir das auf dem Nadel und tue das nochmal. Aufladen, einige Wolle raus und einmal arbeiten. Jetzt habe ich auf dem Nadel drei Faden und ich tue durch alle drei ziehen. Dann mache ich auch noch eine feste Masche und ich komme hier in dieses Loch rein und mache eine feste Masche. und gehe ich wieder von vorne. Eins, zwei, drei Luftmaschen. Einmal aufladen. Hier durch, wo wir die feste Masche, wo wir die feste Masche gemacht haben, gehe ich durch, hole mir den Faden raus, tue einmal durchziehen, dann habe ich zwei. Dann mache ich das noch einmal. Das sind drei zusammengearbeitete Stäbchen und eigentlich zwei, weil die ersten sind die drei Luftmaschen, um zu steigen. So, jetzt sind die drei. Wieder eine feste Masche. Eins, zwei und drei. Aufladen, durch die feste Masche einigen. Mal arbeiten noch einmal. Das sind drei. Und so habe ich eigentlich die ganze, so werde ich jetzt die ganze Reihe machen. Und bei dem Hals und bei den Ärmel habe ich auch so gemacht. Und bei den Ärmel hast du im Video vorher gesehen, dass die zu breit sind. Ich habe dir gezeigt, es bleibt eine Ecke nach draußen. Dann habe ich die gemacht und jetzt kannst du von hier weg gehen und zusammen nähen. Wenn es zu, zu weit für dich ist. du kannst nur so viel offen lassen, wie dein Arm rauskommt und dann von hier von dieser zweite du kannst es nach runter gehen und nähen. Zusammen binden. So. Damit es so offen bleibt. Das sollte eigentlich offen bleiben. Genäht, aber die nach außen so hängen. Ich habe jetzt noch nicht genäht. Weil ich bin erstmal bei dieser Reihe fertig geworden. Und mit schwarzer Wolle, wenn du mir sicher bist, dann werde ich ein paar so mit der Nadel ein paar Punkte machen. Ich muss mir nur überlegen, wie ich sie mache. damit es auf beiden Seiten gleich ausschaut. Und wenn du es nicht magst, dann einfach so lassen. Ganz offen. So, bei dem Hals dasselbe. Dieselbe Muster. Und so ist es. Die Faden muss ich auch noch vernähen. Ich hoffe, dass es dir meine Bluse gefällt. Und die Anleitung verständlich ist. Bitte komm mit mir auf wolle-handarbeiten.eu Da kannst du dir auch meine Videos anschauen. Da kannst Bilder aufladen von deinen Werken. Da kannst du kommentieren. Und danke. Ich habe heute gesehen, ich habe schon die 310 erreicht. Super, danke, danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.